Na, sieh mal eine an. Guck mal, was wir hier haben. Wir müssen, wie bei Mario Paint, fliegenkalt machen. Sehr geil. Hab ich gar nicht mit gerechnet. Das hat sich gerade hier... Ich bin gerade ein bisschen am Basteln. Da kam das auf einmal. Das fand ich doch sehr geil, muss ich mal sagen. Aber ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht. Oh, Game Over. Wollte ich mal eben schnell zeigen, weil ich dachte, jetzt haben wir so ein bisschen Mario... Erneut versuchen. Na klar, erneut versuchen. Voll cool. Level 1. Wer Mario Paint auf dem Super Nintendo kennt, der weiß, was das hier ist. Das Fliegenklatsch-Spiel. War damals schon richtig geil. Oh, diese Musik, Alter. Ich liebe es. Was macht eigentlich der Hund da unten? Ich hab keine Ahnung. Ich tippe den gleich mal an. Ich muss mich beeilen. Es ist immer ganz geil, wenn man mehrere auf einmal trifft. Ah, diese scheiß kackende... Okay, schaffe ich wieder nicht. Ah, ganz knapp. Okay, nochmal einmal versuchen. Das ist voll cool. Warum kommt das auf einmal? Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Aber es macht Spaß und... Diesmal schaffen wir es. Da ich mit meiner Hand da unten hier vor dem Gapet rumfummel, sehe ich leider rechts nicht immer, wenn da was kommt. Da krieg ich richtig Bock, mal wieder Super Mario Paint zu spielen. Auf dem Super Nintendo. Das hat immer so Bock gemacht früher. Schnauze, ihr kleinen Mistviecher. So, ich konzentriere mich erstmal auf die fetten Brummer. So, erledigt. Uh, da war ich mal ganz ruhig. Nice. Ja, da kommen sie, die fette Stinkfliege. Das war früher schon immer richtig geil, gegen das Vieh zu kämpfen. Mist, verdammter. Ach, komm. Wie soll man das denn schaffen? Diese blöde Rakete da unten, ne? Das ist ein bisschen nervig. Ich will das gerne schaffen. Das ist gar nicht mal so leicht. Muss man ja mal sagen. Und das Zeitlimit finde ich ein bisschen doof. Das ist ja relativ knapp gesetzt. Ich finde es auch gut, dass diese fetten Scheißhausfliegen, die Kackfliegen nicht da sind. Diese blauen, die man von früher vielleicht noch kennt. Die war immer nervig. Der fängt schon scheiße an. Kleine Mistviecher. Nein, nicht kacken. Nicht kacken. Nicht kacken. Jetzt scheitert es an denen. Das hat man ja damals auf dem Super Nintendo mit dem, mit der Maus gespielt. Jetzt. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, geschafft. Ja. Stirb. Der Fly Slayer. Jetzt. Oh, Super Mario. Maker Baumeister Mario. Neu. Eine neue Figur für den Fragsatzpilz ist jetzt verfügbar. Nice. Ja, wir haben den 13. Cool. Okay. Neu Start. Komm, einmal machen wir noch. Ist so eine Mini-Folge. Voll nice, ey. Jetzt hab ich Bock Mario Pain zu spielen. Verdammt. Genau wie wenn man freitest, das Spiel startet und dann, ähm, Fliegtag darstellt. Das ist auch nice. Ich glaub, es hat jeder, ähm, Wochentag eine eigene, äh, ich startete das Spielanimation. Was ich cool finde. Und ich werde sie jede, ich werde jede zeigen. Ja, 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 ja. Jede werde ich zeigen. Ja. Ja. Alter, jetzt läuft's aber gerade. Alter, wie's gerade läuft. Heiliger Scheiße. Heiliger Bim Bam. Klau, Auto, Mann. Strohsack, würde ich eigentlich sagen. Aber egal. Oh, da ist gerade jemand explodiert. Ich hau die Rübe vom Kopf. Jung Geh. Und jetzt kommt der Penner nicht mehr wieder. Was für ein Wichser. Einmal versuch ich's noch. Eben lief's so gut und jetzt sowas, ey. Das ist ja unfassbar. Damals konnte man aber auch, ähm, ewig weiterspielen. Alle Rüben damals auch schon immer da. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so ewig her, dass ich das gespielt habe. Das letzte Mal hab ich Mario Pan gespielt. Das war vor der Gamecube-Zeit, wenn ich mich nicht irre. Boah, ist das lange her. Ach, da ist noch eine. Ja, das kommt, wenn man mit der Hand da rumfuchtelt. Das ist ein bisschen, äh. Ich wünschte, man könnte einfach so mit dem Stiko so weiterspielen. Aber dann bräuchte man deutlich mehr Zeit. Ah, ach. Hier wird kein... Keine Verstärkung ausgeschissen, damit das klar ist, ja? Voll geil. Oh, ich liebe es. Da ist er wieder. Ich fahr prügelig. Hier möchte ich niemals bei mir zu Hause eine Wude haben. Da kriege ich ja Albträume. Mist. Komm wieder. Warum kommt er nicht wieder? Was für ein Mixer. Mann, das nervt. Er soll wiederkommen, damit ich ihn töten kann. Letzter Versuch. Dann hab ich keinen Bock mehr. Dann möchte ich weiterbauen. Applaus, wenn er ihn kloppt auf dem Gamepad rumgestochert hat. Kann ja sonst keiner. Ach, Mann. Das ist einmal verkackt, ne? Vorher sind die Scheißwücher wenigstens wieder abgehauen. Aber zum Glück habe ich eben keine Zeit verschwendet. Oh, das ist knapp. Huh. Na, jetzt aber. Ich will dich tot sehen, ich will dich tot sehen. Ich will dich tot sehen, ich will dich tot sehen. Ja, tot! Er müsste doch so rumbrüllen, wie damals. Und dann, boah. Egal, es ist voll geil. Oh, okay. Das war es schon, schade. Ja, ich bin noch in der Bauphase. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tübbli. Tübbli. Untertitelung des ZDF, 2020